Heute bleib ich zu Haus und mach mir erst mal den neuen Maggi-Pasta-Snack. Viele sagen, der neue Maggi-Pasta-Snack schmeckt so gut... ...Nudeln in Pilzsoße. Alles hier drin. Ganz toll. ...dass man sich bei seinem Genuss von nichts und niemand stören lässt. Mal sehen. Hallo? Darf ich's stören? Nee. Stimmt. Dabei lässt man sich nicht stören. Der neue Maggi-Pasta-Snack. Wo ist denn dein Haus? Neu. Dein Hart-Jello. Sekt und Wein. Garantiert unlangweilig. Wo gibt es einen Dieselkraftstoff, der auch bei Eis und Schnee nicht aufgibt? Esso Superdiesel ist frostsicher bis minus 22 Grad und reduziert den Schwarzrauch um bis zu 20 Prozent gegenüber unadditiviertem Dieselkraftstoff. Hier ist die Energie. Esso. Mit Silent Power ist er einer der leisesten Elektrorasierer der Welt. Und mit Sensorschliff ist er noch gründlicher. Der Feliché. Und hier der Jahresrückblick. Sportlich nur ja. Klimatisch heiß. Politisch knapp. Aber das Beste kommt jetzt. 31.12. Bausparprämie. Der Start in Ihre Zukunft. Bis 31.12. zur LBS oder Sparkasse. Es gibt Leute, die tragen Bügelfalten sogar in der Jeans. Na klar. Andere sind kühle Rechner. Wie romantisch. Und bei manchen ist immer alles in Ordnung. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie werden ihn nicht mögen. Der neue Opel Tigra. Der normal gibt's schon. Opel. Technik, die begeistert. Ist doch toll hier, he? Naja. Sag mal, hast du was in der Backe? Ist doch wunderbar hier. Ja, schon. Ja und? Ja, aber weißt du, zu Hause bei McDonalds, da gibt's jetzt den McBacon wieder. Verstehst du? Und den Superbacon mit einer ordentlichen Portion knusprigem Speck. McBacon und Superbacon. McDonalds ist einfach gut. Das neue Duplo Spielhaus ist für alle Kleinen das Größte. Hier ist noch Platz. Trinken Sie ein Bier mit? Gerne. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, ich bin hier verabredet. Nur, ich weiß nicht mit wem. Das war so eine Chiffreanzeige. Und am Telefon hat sie gesagt, du erkennst mich daran, dass ich ein Holzen trinke. Dann schauen Sie sich mal rum. Holzen, die helle Freude. Verfeinert mit ausgewähltem Hallertauer Aromahopfen. Sie mag's am Abend. Er frühmorgens. Und die zwei am liebsten nachmittags. Mit der Tefal-Kaffee-Selektion können Sie wählen. Starken Kaffee am Morgen oder milden am Nachmittag. Jedes Mal mit dem gleichen vollen Aroma. Kaffeegenuss, wann immer Sie wollen. Tefal, du denkst an alles. Es gibt viele nützliche Küchenhelfer. Von Braun gibt es jetzt einen, der alles kann. Den neuen Braun-Multimix. Er rührt, knetet, mixt und zerkleinert. Der neue Braun-Multimix. Und Sie haben die Küche im Griff. Maggi Texicana Salsa. Das Feuer von Chilis. Die Leidenschaft von Jalapeno-Pfeffer. Das Temperament von Paprika, Zwiebeln und Tomaten. Neu Maggi Texicana Salsa. Zum Dippen, Peppen, Würzen. Jetzt den Fiat Punto Probe fahren. Keiner in seiner Klasse ist sicherer. Jede Woche ein Punto zu gewinnen. Jetzt anrufen und Termin machen. 0180 533 9292. Fiat Punto. Sicher seiner Zeit voraus. Und, weil's so schön ist, nochmal. Osram Dulux EL. Die einzige mit Geld-Zurück-Garantie. Rondel. Sekt. Contemperamento de pura raza. Rondel. Flaschen Geruk. De España. Cava de la mejor calidad del corazón de Catalunya. Rondel. Method traditionell. Contemperamento y pura raza. Rondel. Rondel. Kinder Schokobons gibt's jetzt zur Weihnachtszeit auch in der neuen Bomboniera. Kinder Schokobons. Für die Kinder von 3 bis 93. Der Wiedorf. Cool Water. Hey. Wolltet ihr schon immer mal ins Fernsehen kommen? Kein Problem. Wir suchen Darsteller für eine Sat-1-Serie. Ihr seid alt genug? Schule oder Ausbildung habt ihr abgeschlossen? Schickt uns ein Video, auf dem ihr zeigt, was ihr so drauf habt. Wohin? An die Bavaria Film. Bavaria Film Platz 7. 82031 Geiselgasteig. Stichwort Daily. No Sports. Reinhold Deckmann diesmal mit Paul Kuhn, der Mann am Klavier. Und Italiens Leinwand-Diva Claudia Cardinale. Außerdem, boah ey, ist das normal, Tom Gerhardt. No Sports. Heute, 23 Uhr, gleich nach dem Fußball. Wenn ihr Zahnarzt sie morgens sehen könnte. Mit kleinen, kreisenden Bewegungen putzen. Aber nicht zu fest aufdrücken. Kreisen. Wer beherrscht schon die Methode, die Zahnärzte weltweit empfehlen? Die Blender Dent Medikontrol. Sie putzt mit kreisenden Bewegungen gründlich sauber. Und hat als einzige eine Warnleuchte, die zeigt, wenn der vom Zahnarzt empfohlene Druck überschritten ist. Und das schützt ihr Zahnfleisch. Putzen, wie es der Zahnarzt empfiehlt. Und dann, dann wünsche ich mir noch einen lila Weihnachtsmann aus Schokolade. Von Milka? Ja, weil er schmeckt halt. Was suchst du denn hier? Den Milka Weihnachtsmann. Sumatra Rain, der Duft, das Geheimnis, die Faszination, die Freiheit. Ein neuer Mann, ein neuer Duft. Sumatra Rain. Wenn Sie bei Ikea ein Sofa kaufen, haben Sie jetzt die Wahl unter 70 verschiedenen Bezügen. Und das schönste ist, das gilt für neun verschiedene Modelle. Sofas à la carte. Ikea, clever einrichten. Ihr Leben ist Verlangen, Leidenschaft und Schmerz. Die Geschichte, die Sie mir erzählt haben, ist unglaublich, fantastisch. Vor allem für die Ewigkeit. Wenn ich nicht dazu, ich kann es nicht! Tom Cruise, Brad Pitt. Interview mit einem Vampir. Jetzt im Kino. Heute bleib ich zu Haus und mach mir erst mal den neuen Maggi-Pasta-Snack. Viele sagen, der neue Maggi-Pasta-Snack schmeckt so gut. Nudeln in Pilzsoße. Alles hier drin, ganz toll. Dass man sich bei seinem Genuss von nichts und niemand stören lässt. Mal sehen. Hallo? Darf ich Sie stören? Nee. Stimmt. Dabei lässt man sich nicht stören. Der neue Maggi-Pasta-Snack. Das habe ich nicht alles probiert. Aber ich wollte mehr. Mehr Haar. Das neue Sonara Liquidair hat haar-agene Bestandteile in flüssiger Form. Nur die können tief ins Haar eindringen und kurzangeföhnt sich mit ihm verbinden, bis aufbauen und pflegen. Das neue Sonara Liquidair. Endlich. Mehr Haar. Bella. Perfekt-Leon. Technik bei Karstadt. Der Farbfernseher Okano TV 707 VT. 70 cm Bildschirm, 67 cm sichtbar. 90 Programmspeicher. Natürlich mit Skatanschluss und Videotext. Hi-Fi-Test 1194. Preis-Leistung sehr gut. Nur 899 Mark. Der Sony Infrarot-Kopfhörer. Ohne störendes Kabel. High-Quality Sound. Ergonomisch gestylt. Mit großem Aktionsradius. Exklusiv bei Karstadt. Nur 199 Mark. Technik bei Karstadt. Bum-Bum. Bum-Bum. Wig Zitrone Plus viel Vitamin C. Stärkt die Abwehrkräfte. Harte Männer brauchen keine Abwehrkräfte. Great Taste. Du hattest eine Chance, Cowboy. Wig Zitrone Plus. Macht hart. Mirage. Der neue Duft von AX. Wenn Sie in Videogeräten, Computerspielgeräten, Diaprojekt, Dauten, CD-Playern ein Gerät pressen wollen. Man kann das auf Kosten, der Wiedergabenqualität gilt. Kaufen Sie ab jetzt einen Highscreen-CDI-Player. Den sensationellen CDI-Player. Nicht nur für Musik, sondern auch für Videospiele, Kinofilme und Fotos nur bei Phobis. Und schon ab lächerliche kleine 998 Mark. Fast 6 Millionen in Deutschland bezahlen mit dieser Karte. Eurocard. Deutschlands meiste Kreditkarte. Wer es bequem liebt, nutzt sie täglich. Hier, dein Kaffee. Ja, danke. Dürfen wir bei euch anlegen? Macht ihr es schon? Nach so einem Turn wie ein Kaffee nicht schlecht. Magst du was? Schokoriegel, dazu hätten wir ja. Schokoriegel. Ich glaube, hier ist was Besonderes gefragt. Tja, dann hätten wir noch die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Super, die sind ja lang. Diese Duplos habe ich schon als Kind gern gegessen. Duplo? Tja, für die einen ist es Duplo. Aber für euch ist es die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Sind sie nicht süß? Jetzt ist jeder Tag wie Weihnachten. Denn es gibt Cäsar Festtagsmenü mit feiner Gans. Cäsar für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Na, Meisten, wie geht's? Hast du etwa Picci? Das macht gar nichts. Denn ich habe die Clérasil Duo Aktivpads. Zwei Seiten. Die eine Seite ist rau, entfernt Unreinheiten und Fette. Die andere Seite ist so sanft, wie du mich nur privat kennst. Und die beugt mit einer Antibakterien-Lotion vor. Also, test mal an. Einfach doppelt gut. Rau reinigt besser, sanft pflegt besser. Clérasil Duo Aktivpads. Bestimmt Picci und doppelt eins aus. In der König im Affenstall. Trickhits. Löwenstarke Songs aus der Zeichentrickwelt. Der König der Löwen. Flintstones. Dschungelbuch. Ghostbusters. Und andere tolle Filme. Trickhits. Jetzt die CD von Edel. Jawohl! Da hat er mich angeschaut und gesagt, Sie sind ein toter Mann, König. Sie können vier Tage im Hotel Residenzschloss in Bamberg verbringen und Günter Strack bei Dreharbeiten beobachten, wenn Sie diese Frage beantworten. Wo hält sich Nossack versteckt? Schreiben Sie an Sat.1, Kennwort der König. Postfach 304150 in 10724 Berlin. Einsendeschluss ist der 29. Dezember und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wo hält sich Nossack versteckt? Die Antwort finden Sie in Der König. Dienstag, 20.15 Uhr in Sat.1. Ramm am Freitag. Spielkunst gegen Kampfkraft. Der Tabellenführer trifft auf die gestärkten Zebras. Dortmund empfängt Duisburg. Und 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München. Heute, 22.05 Uhr. Ramm, Sat.1 Fußball. 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 Ausgegangen. Ramm, Sat.1 Fußball. Wer schlau ist, kauft bei Otto. Da gibt's die schönsten Weihnachtsgeschenke von heute auf morgen. Jetzt ist jeder Tag wie Weihnachten. Denn es gibt Cäsar Festtagsmenü mit feiner Gans. Cäsar für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Wir von morgen werden neue Wege gehen. Bitte bleiben Sie gesund. Abtei Fenchelhonig gegen Husten und Heiserkeit. Mirage, der neue Duft von AX. Das ist Katrin mit einem Kinderschläger, der speziell für Kinder gemacht ist. Deshalb nimmt Katrin zum Sport am liebsten Kinder Country mit. Denn Kinder Country ist auch speziell für Kinder gemacht mit lecker gepopptem Getreide, dem besten der Milch und einer guten Portion Schokolade. So kriegt Katrin verbrauchte Energie auf kindgerechte Art zurück. Kinder Country bringt Energie auf kindgerechte Art zurück. Der Anfang war Feuer, Wasser und nachwachsende Rohstoffe. Holz ist Leben. Wir bauen Möbel für die nächste Generation. 30 Jahre haben dem Stuhl nichts anhaben können. Der Kunde sucht seine Möbel zu Hause aus und bestellt dann bequem. Und wenn man dann mit American Express bezahlt, ist das eine ganz einfache Sache. American Express ist willkommen bei Flötauto. Obwohl man dort sonst kein Plastik mag. Edelste Zeile an Ernten. Die feinste Auswahl. Hocharomatisch und ergiebig. Teekanne für Teekenner. Guten Tag, ich möchte eine Duschkabine in mein Badezimmer einbauen. Da würde ich sagen... Okay, vielen Dank. Versteh schon. Wir sorgen dafür, dass Sie sich bei Obi kein Fach Chinesisch anhören müssen. Bei Obi bekommen Sie nicht nur alles zu kaufen, sondern auch alles erklärt. Alles in Obi? Alles in Obi! Fettlund Hypnotisch. Übner. Der Duft der Frau. Von Otto Kern. Es gibt Momente, da wird unser bekannt guter Service ganz schön auf die Probe gestellt. Und was können wir für Sie tun? Hey Mann! Du brauchst TK Fit. Den Früchtetee mit 10 Vitaminen. TK Fit. Der Vitamin Tee von Teekanne. Im Bistro gibt es heute eine echte Sensation. Nein, nicht Jean-Pierre. Heute zaubert Alphonse. Er zaubert köstliche Eiscreme. In Ofen frische Eiscroissons von Bistro. Außen knusprig warm und innen schmelzend zartes Vanille. Eine kulinarische Sensation. Eiscroisson von Bistro. Die neue Zauberei aus dem Backofen. Noch nie hat Frontantrieb so viel Spaß gemacht. Der neue Audi A4. Der neue Audi A4. Davidoff. Cool Water. Berlin 1994. Eine Stadt, in der Licht und Schatten einander näher sind als anderswo. Ich bin Cookstile. Feuer. Kein guter Platz, wenn eine vergessene Freundschaft aus Kindertagen sich gegen die geballte Macht der russischen Drogenmafia bewähren muss. Kannst du dich noch an mich erinnern? Der Vorfilm zu The Specialist. Coked Out. Jetzt im Kino. Und Samstagnacht 1.50 Uhr in Sat.1. Bei Fresh Frames. Advent, Advent. Der Römer rennt. Ich hab's. Das ist die Idee. Die zwei rennt er in Britannien. Denn Asterix, Obelix und Idefix starten der Insel einen kleinen Besuch ab. Oh mein Gott. Asterix bei den Briten. Freitag, 20.15 Uhr. Der Filmfilm in Sat.1.